Hallo Freunde der analogen Unterhaltung und willkommen zu einem neuen Let's Play hier bei Hunter & Krohn. Heute mit einem Duell zweier ganz brillanter Köpfe, damit, keine Ahnung, das meinen wir nicht uns selbst, sondern Sherlock Holmes gegen Moriarty. Ich bin Moriarty, ich hatte immer schon ein Faible gegen die bösen Underdogs, die am Schluss immer zu Unrecht verlieren. Eigentlich hatten sie den Brillantenplan und dann wurden sie doch von so einem Pfeifenquallmord enthalten. Sehr schön, hübsch gemacht, finde ich übrigens auch von den Grafiken, wenn wir gleich sehen, kommen noch mehr Personen gleich ins Spiel. Ja, das Ganze erschienen in der Zwei-Personen-Reihe bei Cosmos, also jetzt die deutsche Version. Ab zehn Jahren wird es empfohlen, 30 Minuten dauert das Ganze. Der Autor ist Diego Ibanez und du hast gerade entdeckt, dass es bei Devier Games im Original rausgekommen ist. Und ja, thematisch ist es so, Sherlock Holmes versucht hier Hinweisen nachzugehen, um einen Anschlag auf das Parlament in London aufzuklären. Und ich versuche natürlich, die Spuren zu verwischen. Genau, du sammelst auch Hinweise, aber thematisch hast du gleich richtig erkannt, musst du natürlich die Hinweise nehmen, um sie dann zu verwischen. Sieben Tage Zeit und wer dann die meisten Hinweise gesammelt hat, bzw. die meisten Hinweise verwischt hat, der gewinnt. Und das Ganze läuft ab, dass es hier so Personenkarten gibt, 30, kann man immer besuchen, den guten Watson, die Mrs. Hudson oder den Inspektor, die sind immer für uns da. Und dann werden eben an jedem Tag neue Leute kommen und Tag 1 fangen wir gleich an. Da haben wir die Madame Ziba, so eine Wahrsagerin, und den Wiggins, ich weiß nicht, so ein Zeitungsjunge. Genau, und viel ist halt, es gibt die Ressourcen Hinweismarker, von denen wir am Anfang auch schon 6 Stück haben. Und es gibt hier diese Indizienkarten, heißen sie so? Hinweiskarten, okay, Hinweismarker, Einflussmarker, Entschuldigung, Einflussmarker und Hinweiskarten. Und am Ende des Spiels, es gibt die quasi hier, es wird 8 mal diesen Fußabdruck geben, 6 mal diese Patrone, gleichzeitig ist der Fußabdruck theoretisch auch 8 Punkte wert. Weil, nachher schauen wir am Ende des Spiels, du hast vielleicht, was weiß ich, 6 Fußabdrücke gesammelt, ich 2. Hast du eindeutig die Mehrheit in dieser Hinweiskategorie, bekommst deswegen die 8 Punkte. Aber ich habe ja auch ein bisschen was gesammelt, die ziehe ich dir wieder ab, das ist 8 minus meine 2, 6 Punkte für dich. Braucht man eigentlich noch, genau, man braucht einen Zettel und Bleistift, das holen wir dann am Ende. Liegt nicht bei, braucht man aber. Und man kann sich das dann wirklich... Aus meinen Scherbe kommen. Genau, richtig. Deswegen liegt es nicht bei, ne, die Anleitung sagt auch, man sollte das vielleicht dann aufschreiben. Und grob gesagt sind natürlich die Figuren, entweder geben sie uns in irgendeiner Form Einflussmarker, oder sie geben uns in irgendeiner Form Hinweiskarten, entweder offene oder auch verdeckte. Und auch wir selber können die Hinweise offen sammeln, teilweise auch verdeckt. Das werdet ihr, glaube ich, recht schnell mitkriegen. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ich werde erst mal zum Inspektor gehen, mich mit dem beraten. Kostet mich 3 Einfluss. Und dafür nehme ich mir mal hier so einen Patronenhinweis und so einen Fußabdruckhinweis. Und fangen wir mal jetzt hier so eine offene Sammlung an. Gucken wir mal, was wir gleich mal nachgefüllt. Bis zu 9 geht es, von der 3 bis zu 9, glaube ich. Ah ja, der könnte theoretisch am meisten Punkte wert sein am Schluss. Der Finger auch. Aber du hast es vergessen, nicht hinzulegen. Ah ja, natürlich, ich muss natürlich liegen. Also werden wir gleich sehen, also 3 Leute und jetzt kommen die erst mal so ins Spiel. Ich finde immer zocken gut, deswegen werde ich jetzt hier einfach mal 3 ziehen. Bei der Madame Cibar. Ziehst 3, suchst du einen aus, den du verdeckt behältst. Ich behalte jetzt mal den hier. Und gibst die anderen mir. Darfst du jetzt einen offen behalten. Ich behalte dieses Kartenstück vom Parlament. Das ist so ein extra Ding. Wenn man 1 am Ende hat, ist es minus 1 Punkt. Aber je mehr ich habe, desto mehr Punkte es am Ende mehr. Ja, und der andere kommt einfach wieder, nicht mal auf den Ablagestapel, sondern verdeckt unter den Stapel. Guck uns. Ja, ich werde auf jeden Fall, das kann ich mir nicht entgehen lassen, 5 Einfluss. Finde ich schon gut. 1, 2, 3, 5. Haha. Ich bin ein einflussreicher Mann. Auch zum Inspektor. Und nehme mir den hier. Den hier. Und jetzt nur mal, um klarzumachen, jetzt wird mein Dritter noch eingesetzt. Aber ich kann natürlich nicht einen Ort besuchen, an dem ich selbst schon war. Also in dem jetzt schon ein Grauer liegt oder steht. Das Ganze ja. Da könnte ich hin. Also es spielt jetzt keine Rolle, dass da der Moriarty schon war. Da könnte ich auch noch hin. Überlege ich auch gerade. Aber ich glaube, ich kaufe mir jetzt natürlich, weil ich jetzt angefangen habe. Ich gehe zum Watson, da zahlt man einen Hinweis, kriegt auch einen offenen, weil ich jetzt angefangen habe, diese Kartenfragmente zu sammeln, bevor das noch ein Minuspunkt am Ende ist. Hol ich mir lieber mal so ein Stück vom Parlament. Wahrscheinlich irgendwie, hat ja auch irgendwie thematisch, passt das zu meinem Fall. Ich hole mir auch nochmal einen. Krass, ich hole mir nochmal den. Okay, Tag vorbei. Der erste Tag ist vorbei. Wir gehen alle schlafen und stehen dann wieder auf und es besucht eine neue Person London. Und das ist Billy, der Hotel Parsche. Und das ist ganz witzig. Da gibst du quasi einen Hinweis ab, ziehst dann die Zahl vom aktuellen Tag ab und so viele Einflussmarker kriegst du. Das heißt, wenn ich einen 9er abgebe, würde ich 7 kriegen. Momentan 7. Also jetzt ist der Billy noch sehr stark, am Ende ist er nicht mehr so stark. Genau, die stehen jetzt alle wieder. Damit man jetzt sieht, sie sind unverbraucht. Man nimmt die natürlich nicht zurück, weil das ist jetzt einer der, eigentlich der Hauptgag des Mechanismus. Ich will jetzt vielleicht wieder zum Inspektor nochmal als Beispiel. Kann da ja aber noch nicht hin, weil ich da schon bin. Also müsste ich erst mit dem weg, um dann mit einem anderen dahin zu laufen. Geht tatsächlich jetzt mal zur Madame Ziba, zieh auch mal 3. Behalte ich eins verdeckt. Halte ich das offen. Ich habe mich da natürlich hingelegt. Dann gehe ich jetzt hier zum Wiggins und hole mir mal 5. Dann gehe ich nochmal zum Inspektor, frage ihn wieder um Rat. Und für meine 3 Einflüsse nehme ich tatsächlich mal einfach die beiden Zigarettenasche oder was das ist das? Ja, oder sowas, oder? Ja. Oh, das ist 3. Das wird jetzt erstmal wenig. 3 sind nur 3 Punkte und die Karte gibt es nur 3 Mal. Aber wenn man es schafft, eine Hinweissammlung ganz komplett zu haben, das ist nochmal 3 extra Siegpunkte am Ende. Das ist gut. Ich gehe zum Inspektor. 3 weniger. Und diese 9. Ich sehe noch was Neues gekommen mit Joker. Da kann man entweder sofort einfach an eine Reihe anlegen oder man legt den in die neue Reihe und denkt quasi den hat vor, den später auszubauen. Wenn man das dann nicht tut und erst bei Spielende woanders ranlegt, muss man einen Minuspunkt dafür zahlen. Weil das gehört sich nicht für ein Mastermind. Okay, okay, okay. Aber ich glaube, das ist alles noch nicht so. Der ist jetzt auch, weil es halt diesen Wiggins ist, der ist schon stark. Ja, weil der da ist, ist der eigentlich gar nicht so gut. Der Wiggins so früh kam, ist der Paar schon nicht so beliebt. 1, 2, 3, 4, 5. Wobei du kannst natürlich locker, du hast ja trotzdem die Merkungen, du kannst locker eine 9er abgeben, dann wird es nicht erst 7 bekommen. Da haben wir ja auch eine Möglichkeit, ne? Immer noch die Mehrheit. So du sagst. Ja. Ja, einmal werde ich es mal probieren. Nehme ich einen 9er ab. Ohne Ende Hinweise. Äh, Einfluss. 7 Stück. Kann ich mehr haben als... War vorher nur einer von uns beim Wiggins, oder wie? Ja. Ich glaube, da war es so. Sonst haben wir gleich was falsch gemacht. Nein, 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 ich habe nicht so drauf geachtet. Da war nur einer. Weil jetzt ist ja wieder Tag vorbei und ihr seht, wir waren beide bei so einer neutralen Figur, oder was heißt das, bei so einem neu dazugekommenen, und der ist dann unpässlich am nächsten Tag. Diese Festgedruckten sind es nie, die gibt es immer, aber wenn jemand von denen, ja, ist dann anstrengend. Und so viel Besuch, Moriarty und Sherlock Holmes geben sich die Klinke in die Hand. Tobi, der Hund, kriegen die ganzen Besucher, die uns Einflussmarker bescheren. Da kriegst du nämlich so viel Einflussmarker, wie du verschiedene Karten. Ich brauche keine Einflussmarker. Naja, wir bräuchten eher so eine Diebin, oder? Du bist schon wieder dran. Naja, aber gut. Dafür ist er jetzt nicht da. Ich geh mal hier rüber, gib einen ab, und. Ach, ich nehme das. Ich mache dir das so ein bisschen. Ja, ja, Moriarty. Ich folge dir auf Schritt und Tritt. Aber ich meine, mehr Karten hinzukommen, desto mehr Optionen hat man natürlich. Am Anfang ist das ein bisschen übersichtlich. Okay, ich geh hier hin, zahl drei Hinweise, und nehme die beiden. Das sind Jokers drin. Und ich krieg den Joker extra. Oh, jetzt kommt das da, das muss ich natürlich haben. Ja, weil das jetzt gekommen ist, muss ich das auf jeden Fall machen. Ich geh auch da hin. Drei Hinweise. Ohne die Beine. Zählen darf ich eigentlich, wenn ich da zum Tobi, zum Hund gehe, oder? Ja, aber ohne Joker, oder ist das auch, das auch eine Reihe? Ja, ja. Das krieg ich eine ganz schöne Menge Hinweise. Das mache ich. Das gilt auch als Reihe. Das auch, das stellt extra dar, inklusive Kartenfragmente. Also, sechs Stück. Zeit, neun, vier, fünf, sechs. Schaut das. Naja, ich geh noch mal zur Mann am Zieger. Ja, da krieg ich auch was, sehr gut. Die verdeckten, die werden halt nachher dann. Mhm, die werden dann einfach am Ende hinzugefügt. Mhm. Ja, zeig her. Ich nehm den. Die man dann zieht, finde ich irgendwie ganz gut. Rief uns richtig, ja. Fertig? Ja, fertig. Alle werden hingestellt. Und es kommt jemand an, der Langdale Pike. Ich glaube, Journalist. Und da kannst du entweder, also zahlst einen Hinweis und nimmst eine verdeckt. Vom verdeckten fürs verdeckte. Ja, oder. Oder zahlst zwei, dann erhöhst halt die Auswahl. Du behältst in jedem Fall nur eine, aber das war dann in jedem Fall. Du bist anziehen. Ah, und sie ist wieder da. Ja. Ja, dann beginnt's. Ja, beginnt's. Hm. Steht da halt dumm rum. Ich mach das jetzt mal. Ich stehe da hin. Zahl zwei. Ich darf dafür zwei ziehen. Und eins verdeckt behalten. Die andere kommt auf den Ablagestapel. Dann siehst du, was ich nicht genommen hab. Wirf die andere ab. Ich nehm zahl, aber drei, weil ich so reich bin. Hoffentlich bereust du das mal. Ich nehm den. Ich nehm den ab. Okay. Ich muss mal meinen Joker irgendwie auch benutzen, ja. Ich geh jetzt nach vier, geb drei ab. Drei Einflussmarker. Nehm mir die Beide. Hm. Okay, das muss ich mir holen. Keine Frage. Ich geh hier hin. Mit allem holen wir dritten Zigarettenstorfer. Ich geh nochmal zum Wiggins. nochmal Hinweisen zur Einfluss zu machen. Damit ist Tag vier schon vorbei und der Langdon Pike ist überarbeitet und ruht sich den Tag aus. Alle anderen sind überfällt. So erzähl ich mal die Karte. Und es kommt Inspektor Gregson. Inspektor Gregson. Naja, also entweder dann kriegst du halt entweder für zwei, vier oder sechs Einfluss kriegst du halt zwei, eins, zwei oder drei hoffene Karten. Hm. Du bist dran. Ich passere, klar. Ich fang ja immer. Jetzt könnte man gar nicht genug davon haben. Ja, ich geh hier hin. Zahl vier. Hm. Dann nehmen wir die beiden. Ne, aber das ist jetzt Zigarettenasche. Was ist denn das hier? Ich glaube, das ist nicht so. Das ist ein Dynamitstange. Ja, okay. Oh, okay. Hm. Na ja, da gäbe es eine Möglichkeit. Hm. Hier die dritte, was immer das ist. Siegel, Riefsiegel. Ja, den nehme ich auf jeden Fall. Ja, das mache ich mal. Achso. Gehen wir mal mit dem. Gib einen ab. Dann holen wir den. Ja. Na, ich werde mir jetzt auf jeden Fall noch mal... Also, warte. Ich habe ja hier sechs. Dann gehe ich doch zum Hund. Sechs Stück. Statt fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ja, ich gehe auf jeden Fall zum Inspektor, drei. Hm. Und die Zeit, ich wollte gerade, was ich ruhig das hinleg. Hm. Ich muss gucken, du hast vierer, ich habe keinen einzigen Vierer. Du hast fünfer, ich habe keinen einzigen Fünfer, aber bei den sechsen hast du einen mehr. Bei den achtern hast du auch einen mehr. Nachsagerin. Eins, zwei, drei. Achso, Entschuldigung. Achso, das war zweimal das Gleiche. Ich habe gesagt, ja, zwei Schiebe noch. Entschuldigung. Der kommt, der wird es in der Runden. Ist egal. Das ist schon hart. Sieht ja, dass ich den Schiebe noch raus mache, aber natürlich siehst du ihn ja eh. So, ich komme, ich komme. Okay. Der ist so schlauer. Ich sehe sie mir den selber da eben so. So, der ist schwinglich. Hm. Ja, ich nehme einfach nur noch fünf, danke. Damit ist Tag fünf vorbei und der Hund geht raus und ruht sich aus. Die anderen kommen zurück. Ah, der von Kram. Du kriegst eine offen und der andere kann für einen Hinweis marken, einen verdeckten kriegen. Das ist gar nicht so geil, ne? Der Gegner kann dann echt billig, eine verdeckte Karte. Mach mal. Hm. Was mache ich denn da jetzt? Was mache ich denn da jetzt? Na gut, ich gehe hier hin. Ich kaufe mir für drei. Beide. Das geht da hin, für 4, kauf mir die Beine. Damit du die nicht kriegst. Oh, da ist die Asche, die brauche ich jetzt nicht. Die Asche brauche ich natürlich. Das ist das Dynamit. Ich habe mich so an Asche gewöhnt. Wollen wir mal ein bisschen abnehmen. Einfach reinsteigen. Okay, ich gehe hier hin. Ich gebe einen ab. Tja, den gehst du vollständig. Warte mal, das ist glaube ich gar nicht so schlau. Ja, ich gehe jetzt, ich brauche nochmal da hin, wir haben auch nochmal 5. Dann gehe ich nicht da hin und zahle einfach, weil ich brauche ja nur den einen. So ein bisschen billiger, bisschen potienter arbeiten. So, letzter Tag. Willkommen noch, weil es spielen ja nicht immer alle mit. Man sieht es. Die Violet Hunter. Hier Wien ist aus der WC. Da kann man klauen, oder? Ne, da kann man vom Ablagestapel kaufen. Vom Ablagestapel kann man da ziehen, ja. Die Diebin kam jetzt gar nicht. Genau, das kostet dann 2, du kaufst dann die oberste vom Ablagestapel. Die da quasi, ja. Und nicht dabei, wenn es interessiert ist, wir hätten auch eine Diebin gegeben, das ist ganz cool. Da kann man dann für, wird aber immer teurer, so viel wie der Tag, in dem man gerade ist. Das ist in der letzten Runde, das ist jetzt schon 7. Kann auf dem Gegner eine Karte, ich weiß gar nicht mehr genau. Ja, da legt man eine ab und kommt eine neue nach und dann für 2 kannst du dann eine kaufen. Okay. Hm. Ja, schon cool. Vor allem halt, nicht die coole Charaktere aus den Shadow Crumbs Büchern, die ihr es kennt. Oder die Filme natürlich. Da hast du bestimmt welche verdeckt liegen, wenn nicht wäre es witzig, ich mach es jetzt. Was machst du denn? Ich hole 6, für 6 Dinger, hole ich mir einfach... Holst du die 3 Dinger oder wie? Ja. Und leg die an meinen Schofen. Pst. Hm. Ich tausche das mal. Was, wenn das hier leer ist? Dann haben wir alles... Haben wir alles erforscht. Wahrscheinlich schon, oder? Was? Der Hinweisstapel der ist. Ah ne, dann wird die Ablagestapel gemischt und ein neuer Hinweisstapel. Hm, das dachte ich mir, das wäre komisch. Hm. Gib 3 ab und nehm 2. Jetzt muss ich mal ganz scharf nachdenken. Nicht ein Tee. Noch den. Ok. Hm. 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 Achso, bitte. Machen Sie mal. Achso, wenn nicht. Ähm, ich hab den gelegt, du hast den gelegt. Und nicht wieder drin. Hm, so bist du nicht. Okay ja, ja, hm 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 ja hm 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 hm. das ist jetzt die letzte runde ich gehe hier hin zum von kram kriege ich einen du kannst einen blinden kaufen das ist ein umsonst war du hast gar kein ende doch du hast noch zwei schwierig Schwierig, so hinterher zu nehmen. Du hast doch bestimmt da voll das Zeug noch irgendwie versteckt. Ich habe irgendwie Angst. Achso, verstehe. Ich nehme dir's. Grün. Ja. Zu der einzelnen Front. Und du darfst eine verdeckt kaufen? Ja, ja. Aber du hast immer das aufgedeckt, oder? Ja, die Reihenfolge weiß ich nicht, egal. Aber du brauchst dich einfach eine verdeckt. Das gibt's echt, wir haben einen ganz schönen Hinweis. Wir werden leer geräumt. Und du bist dran. Du hast noch zwei, noch einen Zug. Mhm. Mhm. Naja, man muss versuchen, noch welche zu kaufen. Aber es ist gar nicht so einfach. Ich hab nur noch drei Hinweise. Drei Einfluss meine ich. Hm. Die bringen nichts, weil es keine Ablagestapel gibt. Ja, ich mach's einfach so. Zahl 2. Mhm. Mhm. Nimm ähm. Hm. Hm. Fast egal. Einmal da, um welchen Fall. Fünf. Hm. 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 Ja, ich kann jetzt auch noch einen kaufen gehen, der beim Doktor Botzen. Hm. Aber das wird mir alles nichts bringen. Hm. Das läuft. Du hast halt da. Drei. Sechs. Ach, ich nehme einfach den Sicherheitshaben. Ja, ich mach's das auch. Geht genau auf bei mir. Hm. Hm. Okay, jetzt müssen wir unsere verdeckten Karten noch legen. Und ich habe jetzt gerade eben auch gemerkt, ich habe einen kleinen Fehler leider gemacht. Äh, ich hätte natürlich mal eine Joker, die ich habe zwei Schritte verdeckt. Äh, genau. Wenn man die eigentlich verdeckt. Ja, ja. Aber das machen wir jetzt einfach. Ähm. Ich kann eh nur in die Reihen. Kann ich eh. Ich kann nur in eine Pro Reihe nur einen Joker haben. Das heißt aber, was ich schon machen kann, ich kann versuchen hier gleich zu ziehen. Und ähm. Das brauche ich gar nicht. Das bringt eh nicht so viel. Doch. Achso. Das geht nicht. Mache ich das, weil ich habe nämlich tatsächlich noch zwei Neuner. Ich habe zwei Siebener, aber die bringen mir gar nichts leider. Ich dachte, das ist dann noch mehr Überraschung. Und ich hatte noch ein Kartenfragment für dich. Ah. Okay. Also ähm. Jetzt können wir mal unten anfangen. Drei. Da hast du drei plus drei. Das sind sechs. Okay. Das äh. Sollen wir uns das merken? Oder? Wir machen es nacheinander. Ich mache erst mal meine und dann deine. Also ich habe hier sechs. Ja. Bei den Fünfern haben wir Gleichstand. Das passiert gar nichts. Ähm. Bei den Sechfern hast du mehr. Da habe ich nichts. Da gewinnst du. Aber da kriegst du minus zwei zu fünf Punkte. Fünf sind elf Punkte. Acht nichts. Elf plus neun. Aber minus vier. Ja. Sind fünf sind sechzehn. Plus eins sind siebzehn. Siebzehn Punkte. Mhm. Und dann können wir bei dir gucken. Du hast drei Kartenfragmente. Das sind drei Punkte. Du hast alle Vierer. Das sind sieben Punkte. Sieben plus drei sind zehn Punkte. Fünf ist nichts. Hier hast du vier minus drei. Ähm. Das ist ein. Äh ne. Sechs minus drei sind. Drei Punkte sind dreizehn Punkte. Sieben hast du nichts. Acht minus drei sind fünf Punkte. Das sind achtzehn Punkte. Das ist schon mehr als ich. Ja. Seh doch. Das ist erst deine letzten Punkte. Das sind ja meine letzten. Weil hier kommt ja nichts mehr. Ja genau. Genau. Also 18 Punkte und ich habe nur sechs. Ja. Das Attentat wurde aufgeregt. Da erklärt Moriarty wieder einmal in seine Schranke. Wieder einmal. Ja. So ist es halt immer. Ein Duell auf Augenhöhe. Aber am Ende gewinnt halt Sherlock Holmes. Aber eigentlich ist es auch ungeregt, dass Sherlock Holmes immer anfängt. Oder nicht? Ja klar. Das ist glaube ich äh. Wahrscheinlich jetzt aber kann man da was draus machen. Ja weil er agiert und ich versuche dann immer. Du versuchst die Sporen zu verwischen. Ich versuche dann immer zu reagieren. Na ich meine das ist natürlich scheinbar ein Vorteil. Weil ich ja immer gucken kann was nimmst du zuerst. Ja klar. Du kannst auch drauf. Du hast die Entscheidung ob eine Karte gesperrt wird oder nicht. Zum Beispiel eher in der Hand. Gehe ich jetzt dahin dann ist der nachher nicht mehr da. Ich glaube es hat ja. Ich glaube das ist dadurch ausgewogen. Dass der andere hat halt. Klar kommt der nach dran. Er ist einfach ein bisschen asymmetrisch dadurch. Aber auch nur ein kleines bisschen. Sonst ist es schon gleich. Es ist auch so ein bisschen. Also bei vielen Sachen funktioniert es schon. Aber dass zum Beispiel der Moriarty dann einfach auch Tee drin ist. um dieses Ratzen geht. Das ist glaube ich nicht. So steht es nicht im Buch. Ja aber ich glaube nicht dass er sagt. Hallo hier ist der Moriarty. Sondern weißt du. Der verkleidet sich dann. Ja stimmt. Und ist dann da. Hallo ich bin ein Student. Ich kenne ihren Mieter. Weißt du. Der war so sneaky. So ein bisschen kann man es glaube ich zurecht biegen. Dass die natürlich. Ja er hat viele Gesichter. Die erkennt die natürlich nicht. Ja ist ein einfaches Sammelspiel. Z-Collection Spiel. Ja genau. Mit dem irgendwie Kniff. Dass man halt irgendwie schon echt gegensteuern kann. Man denkt immer. Auch jetzt wie bei den Zigaretten hier. Ich brauche die vierte, fünfte gar nicht holen. In dem Fall hast du jetzt zwar ausgeglichen. Aber selbst wenn nicht. Dann ziehen die einfach sehr viel wieder von den Punkten ab. Also man sollte eher versuchen. Die selbst die man hat halt. Nicht denken. Ich habe da ja einen kleinen Vorteil. Genügt schon. Weil mir so ein 5 zu 4 bei einem 9er Punkte Ding. Dann sind es auch nur noch vier Punkte. Da hast du gegen mich gearbeitet. Und das ist ganz ja. Also schönes. Passt gut in die 2 Personen Reihe von Cosmos. Passt gut. Ich finde die Zeichnung wirklich sehr sehr schön. Schön thematisch. Spielerisch ist es nicht ganz so tiefgründig. Aber es ist vielleicht auch okay. Mal ein einfaches 2 Personenspiel. Wo man nicht ganz so viel. Auch nicht so viel nachdenken muss. Kann man manchmal auch nicht so flopp sein. Wahrscheinlich kann man noch mehr nachdenken. Vielleicht kann man das. Wir haben jetzt einfach drauf verzichtet. Ja ich verzichte immer drauf. Fahr damit ganz gut. Ja dieses Mal. Aber das nächste Mal. Wir brauchen mehr Würfelspiele. Wir haben zu wenig Würfelspiele. Ich habe ja angekündigt. Da habe ich gleich das erste Würfel-Let's Play gewonnen. Und seitdem haben wir nicht mehr gewürfelt. Du hast Angst. 2017 ist mein Würfeljahr. Und wir haben erst einen Würfel-Let's Play. Na ja. Ich danke euch, dass ihr wieder zugeschaut habt. Und diesem spannenden Wettlauf gegen den Evil Mastermind Moriarty beigewohnt habt. Wir freuen uns immer über einen Daumen hoch unter dem Video. Falls es euch gefallen hat. Über Kommentare. Und auch wenn ihr mal auf unserer Patreon Seite vorbeischaut. Und euch ja mal anschaut. Überlegt, ob ihr uns vielleicht auch monatlich dauerhaft unterstützen wollt. Das würde uns am Kanal und uns hier natürlich sehr sehr helfen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Dankeschön. Wie ein Gruß von Moriarty aus dem stillen Hintergrund. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.